Ein Neustart ist nicht immer eine sichere Sache. Wir starten ins Ungewisse und hoffen aufs Beste. Ob wir nun etwas Neues ausprobieren oder etwas tun, was wir schon lange nicht mehr getan haben. Ob wir den nächsten großen Schritt in ein neues Kapitel wagen, mit etwas aufhören oder uns wieder etwas vornehmen. Weil wir hoffen, dass es diesmal vielleicht besser wird. Es ist immer ein Wagnis und das Ergebnis ist selten im Voraus zu sehen. Vielleicht ist es manchmal besser so. Manchmal fällt es uns nicht leicht. Oder wir produzieren ein klebriges Durcheinander. Manchmal klappt es einfach nicht. Doch wenn wir durchhalten, ist es das Ergebnis wert. Das Gefühl, wenn es funktioniert, ist immer unbezahlbar. Und wenn nichts anderes hilft, gibt es immer noch den Neustart. Das Gefühl, es geht nicht. Das Gefühl, es ist immer noch zu sehen. Das ist immer noch zu sehen. Das Gefühl, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020